I'm coming home, I'm coming home, tell the world, I'm coming... Spiel ich jetzt mit ihm? Hey, hast du ne Kippe? Das wär krass, wenn ich jetzt mit ihm spiel. Wenn du magst, wo ist der Bernstein? Boah, Ada, ja! Tut mir leid, den hab ich gerade nicht bei mir. Und du solltest mich wirklich... ...für meine Arbeit loben. Ich konnte ihn gerade noch verstecken, bevor sie mich geschnappt haben. Sonst... ...er ich bin's tot. Unser Deal lautete, wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Skoppe, Louise. Jetzt stehst du aufs Kleingedruckte. Was, Ada? Also gut. Ich hol ihn. Was sagst du? Und es gibt noch was anderes, das ich holen muss. Okay, ich dachte, wir spielen jetzt mit ihm. Der Helik stürzt ab. Bei jedem Wetter kann der Heli unmöglich landen. Könnt ihr warten, bis der Sturm sich legt? Negativ, zu gefährlich. Wir suchen uns so lange einen Unterschlupf. Tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Keine Sorge, wir schwimmen heim, wenn's sein muss. Kondor One Ende. Geh hier. Was, was, was wird mit mir passieren? Konzentrieren wir uns erstmal darauf, dass wir hier wegkommen. Ja, verstehe. So. So. Schau, was da alles liegt. Kommt da nicht mehr zurück, ne? So, herstellen. Kann ich irgendwas herstellen? Im Pimo, ne? Okay. Nein. Ja. Ich habe neue Waffe. Ich habe mal von einem hässlichen Typen gesehen, denen der Taglaster in den Hals sprießt und die sind nicht nur gefährlich, sondern auch ziemlich nervig, wenn es darum geht, sie zu töten. Ja, das weiß ich auch schon mit der... ...Wacherauflage. Hahaha. Komm, wirf. Willkommen. Ich habe was Neues für dich. Ich habe nur die feinste Wache. Nenn mich ruhig pingelig. Aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Sonderangebot kochen wir. Dürf mir da draußen nicht weg. Haha. Okay, die Schätze sehe ich trotzdem noch. Was da? Wir haben kreischt! Oh. Oh, okay! Oh. 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 Oh! Oh. Oh! Oh. 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 Ja, moin. Nee, nicht schon wieder her. Ja. Ja. Oh, okay. Mann. Mann. Nee, ich wollte nicht wechseln. Wo ist die? Aber wenigstens muss ich Ashley nicht mehr heilen. Das ist schon mal gut. Da liegt noch was. Okay. Das war's. Was ist das? Alter, die Fotze nervt langsam Eschle, du stehst im Weg Jaaa Wenigstens, ja und die nächste Wenigstens nervt sie nicht, wie wir mit der Runterspringen von der Leiter schon Das sieht nicht aus wie der mit Troll, bitte nicht Alter, stirbt doch! Da kommt Zeven Viech raus! Oder nicht? Da ist der Schatz, ja 27.000 Ness Ja, die haben mich so viel Heilung vorhin gekostet Verdächtig ruhig hier Alter, ich glaub da kommt der Kettensegen jetzt, ich seh's schon kommen Das kriegen wir so nicht auf Das ist das, was ich nicht so gut Ich bin 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 so gut Sorry, keine Absicht. Da ist wirklich zu ruhig. Ui, gelbes Grott. Sehr schön. Aber das Gute ist, ich muss sie nicht mehr heilen. Das ist verdammt gut. Beim Originalen war das immer so nervig, dass man sie auch heilen musste. So. Da war es keuch, die ganze Zeit so. Ah, okay. Nicht was, geh renn, Alter! Dieser fragt auch noch was. Bin mir zu fein dafür, da geh ich nicht rein. Das sieht nämlich nach Kettensägen-Gebiet aus. Halt beim Originalteil war das so. Ah, was sag ich? Was sag ich? Ja, gleich zwei, natürlich! Ich fühle mich geschmeichelt, aber für zwei bin ich echt nicht in Stimmung. Geht aufs Haus. Nochmal, nicht mehr. Nicht, différent. Ja, ich will dich nicht. Das war's. Kann ich ne Blendgranate herstellen? Nee, fuck. Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. Ja, wie viel denn noch? Ist sie tot, ist sie tot? Jess, ich bin nicht... Ich muss hier weg, ich muss hier weg! Ja, sie ist tot! Hm. Jetzt waren es alle, glaube ich. Was hast du für mich? Nichts. Ja, du kommst doch nur alleine, habe ich dich gerufen, ja? So, wo war denn das nochmal, jetzt die scheiße Tür, kann ich Munition wenigstens herstellen? Ja. Ja. Ja, wo war denn diese scheiße Tür nochmal? Hier. Das Gute ist, dass die das hier auch eingefügt haben mit Verstecken. Ne. Ne. Ja. Soll das etwa ein Kompliment sein? Ja. 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 Ist gecleared. Ja. 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 Ich liebe den Remake jetzt schon. ich hatte am anfang angst dass es so wird der bürgermeister ich erzähle gleich weiter ich konnte nicht mal speichern hör auf ich konnte nicht speichern nein 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 verkackt so bevor ich jetzt auch mal anfangen ich hatte schon am anfang angst dass es wieder drei remake wird so kurz viel viel rausgenommen dies das wie soll ich denn das jetzt schaffen ja ja ignoriere sie einfach ja komm ehrlich komm wohin hier dann was ist ich steck fest wir müssen weg nicht im ernst doch, geh im ernst dann lauf dann lauf ich dachte schon jetzt kommt der boss fährt mit ihm hör zu er ist hinter dir her wenn er nochmal aufkreuzt lauf was ist mit dir ich mach meinen job was kann ich für dich tun im grab dafür lasse ich einiges springen was das neues ah neue shotgun meine wahren sind in einem top zustand 6,4 wäre das dann alles wäre das dann alles verarbeitet 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 blutiger so ja da kommt jetzt der kam jetzt kommt der kampf mit ihm jetzt kommt der kampf mit ihm du bist ein beschissen du bist ein beschissener missioner weißt du das oh allmächtiger gebt mir die kraft eure feinde zu zerquetschen leck mich doch aber die quicktime frequenzen gehen wir schon ein bisschen ab hasta luego hasta luego ich danke dir für deine kamera du willst spielen? dann spielen wir wie sind wir das wunder klar du gehörst zum ungeziefer du gehörst zum ungeziefer die jener nicht boah ok ist auch ein bisschen anders boah ich dachte ich kann auswäsche hier so jetzt ist der unterteil weg okay ist mal easy okay okay S auf der Seite, ok. Ne, ich sterbe, ich sterbe. Warum werkt er nicht das? Alter, warum ist das so schwer für einmal? Halt mit diesen Dingern, gefälligst auch. Ich bin doch Ausgewicht hier. Hab ihn, hab ihn. Oh, ich dachte schon, ich schaffe ihn nicht beim ersten Mal. Ich komme eh gleich raus. Mach dir keinen Stress. Was? Ja. 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 Gern geschehen. Danke. Sie werden das Feuer sicher bald bemerken. Lass uns weiter. Du, ich werde mich doch nicht in eine von denen verwandeln, oder? Nein, dafür sorge ich. Versprochen. So. So. Jetzt kommen wir bald zur Kirche. Ja. Ja. Da ist sie ja. Was war das? Was war das? Tja, wenigstens kann uns so keiner folgen. Na komm. Also bis jetzt wurde noch nichts ausgelassen vom Originalteil.